Eine Mostwirtler Fisch, Aufstiegshilfe, die auch Strom produziert, macht Furore. Die Firma Hydro Connect und Österreichs Verbund haben damit beim Forum Alpbach großen Anklang gefunden. Das erste Projekt im Verbund ist natürlich für uns auch entscheidend. Wir machen jetzt die Fertigen zur Überleitung und schauen uns die Produktion ganz genau an. Sie arbeiten jetzt schon längere Zeit an dem Projekt, von der Idee überhaupt, von der ersten Idee. Haben Sie überhaupt geglaubt, dass das noch etwas wird? Ja, natürlich. Wir haben am Anfang schon gewusst, dass wir ein Riesenpotenzial haben, mit dem wir da retten. Und wir waren eigentlich immer sehr zuversichtlich. Gibt es da auch schon erste Anfragen? Ja, wir haben jede Menge Anfragen. Nicht nur aus Österreich, auch von anderen Ländern? Eigentlich aus ganz Europa. Wir waren auch englisch und jetzt in Deutschland beim Ministerium in Thüringen zum Thema Fischschutz, Fischabwandlung. Das heißt, die Fachleute nehmen uns sehr ernst und nehmen das Produkt eigentlich sehr ernst und hoffen sich natürlich auch in eine Lösung. Weil andere Lösungen nicht so überzeugend sind als unsere. Herr Edelsäcker, Sie haben sich erst entschieden, diese Fischraube jetzt industriell zu fertigen. Was war eigentlich der Grund, dass Sie sich das schlussendlich entschlossen haben? Der Grund war der erste Kundenauftrag. Aber ganz generell der Grund war, dass es einfach am Markt derzeit noch keine befriedigende Lösung für die Fischwanderung gibt. Und der Herr Walter Albrecht, Gott sei Dank, diese Schnecke entwickelt hat und dann sind wir soweit, dass wir es serienmäßig produzieren können. Und hier findet das jetzt gerade statt. Jetzt haben Sie für dieses Projekt auch eine interessante Finanzierungsform gewählt. Und zwar allgemein das Crowdfunding oder Crowdinvesting bezeichnet. Warum haben Sie diese Finanzierungsform gewählt? Ja, es war zum einen der Grund, dass die Gespräche mit den Banken immer schwieriger wurden. Und wir natürlich auch, trotzdem wir eine hohe Summe an Eigenkapital als Gesellschaft einbringen, trotzdem mehr Sicherheiten gefordert wurden, die wir so nicht akzeptieren wollten. Und deswegen hat uns Crowdinvesting eine Möglichkeit geboten, das zu machen. Sie haben ja quasi einen Rekord aufgestellt und haben auch betont in der Pressekonferenz, dass das alles sehr unbürokratisch über die Bühne gegangen ist. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass in Österreich etwas auch unbürokratisch über die Bühne geht. Ist richtig, aber man muss es sagen, das ist wirklich sehr schnell gegangen. Wir sind die schnellst gewachsene Crowdfunding-Kampagne in Österreich und das war tatsächlich sehr unbürokratisch. Wir sind die schnellst gewachsene Crowdfunding-Kampagne in Österreich und das war tatsächlich sehr unbürokratisch.